Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Primaten der deutschen oder deutschsprachigen Film-Podcast-Unterhaltung. Walla, was geht? Ja, Walla, muss ich jetzt hier Primaten-Geräusche machen? Ja, so wie immer. Eine Stunde lang in euer Gehör rein, ihr Filmfressen-Familie. Ich kann eigentlich nur grunzen wie ein Schwein. Ich verurteile da niemandem, niemandem, jedem sein Fetisch. Das passt schon. Wir sind ja hier tolerant. Since when? Ja, und wir sind also optisch auf jeden Fall Primaten, weil so viele Haare, wie ich auf dem Rücken habe, möchten manche Leute auf dem Kopf haben. Ja, du zum Beispiel. Genau, mich eingeschlossen auf jeden Fall. Aber ja, sehr primitiv und sehr bestialig und sehr brutal geht es heute hier zur Sache. Heute gibt's auf die Fresse. Heute gibt's Blut, Bestien und weiß ich nicht. Fliegende Fäuste. Ja, das auf jeden Fall. Ach, da kannst du ja dann direkt auch schon das kommende Sonntagsvideo ankündigen. Soll ich das machen? Ja. Haben wir wahrscheinlich über Social Media schon längst getan. Wahrscheinlich. Sollten wir nämlich, denn es wird ganz großartig. Heute ist ja Karfreitag. Deswegen müssen wir auch ein bisschen, psch, dürfen nicht so laut sprechen. Das ist ja leise. In Deutschland, das ist ja sehr, sehr religiös und katholisch in Deutschland, da muss man sehr, sehr leise sein. Ein Karfreitag darf man keinen Lärm machen, keine Party, keine Musik spielen. Und viele Filme, die verboten sind, ne? Das auch, das auch, natürlich. Nächstes Jahr machen wir bitte einen Podcast nur mit verbotenen Filmen. Hatten wir das nicht schon mal mit dem Christoph? Ja? Nee, das war Initiierte? Ah ja, kann sein, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir am kommenden Sonntag für euch das Quartett mit drei Bäuchen. Und zwar das. Es ist genau das wichtigste und richtigste Bud Spencer und Terrence Hill Special, das ihr auf YouTube sehen könnt. Wir haben unsere Freunde Kai Pinot und Daniel Gores eingeladen und mit denen über alle möglichen Bud Spencer und Terrence Hill Filme gesprochen. Und zwar sehr ausführlich. Also nicht jeden einzelnen Film ausführlich, aber es ist 50 Minuten extra Vaganza in einem neuen Set sogar. Ja, da kann man sich ganz besonders drauf freuen. Wer unsere Videos kennt, weiß, dass es zu dritt da schon immer recht eng ist. Und jetzt haben wir einen neuen Raum gefunden, also zusätzlich einen Raum gefunden, in dem aus der Ménage à Trois ein Foursome werden kann. Genau. Und das ist das Beste, was man am Ostersonntag natürlich so machen kann. Richtig. Kurze Nebenfrage. Wer von uns ist denn der körperlich Benachteiligte? Du hast was von drei Bäuchen erzählt. Der Daniel. Mittlerweile. Stimmt. Daniel hat schon länger keinen Bauch mehr. Ja, hast recht. Habt ihr ihn irgendwie noch in Erinnerung mit Bauch? Ich hatte schon gedacht, Kai hat auch einen Bauch, aber stimmt, Daniel hat keinen mehr. Frech. Aber alle bärtig, immerhin. Das stimmt. Der Daniel hat am Kopf abgenommen, im Gesicht zugenommen und am Bauch abgenommen. Ja, würde ich auch gerne. Also zumindest am Bauch abnehmen. Slimfast. Nee. Da gibt es doch bestimmt was von Ratiofarm, oder nicht? Wäre schön. Diese Podcast-Episode wird euch nicht gesponsert von Ratiofarm. Nö, aber wer diese Folgen mal sponsoren möchte, sponsorieren möchte, der kann sich gerne bei uns melden. Ja, ich hoffe jetzt, wenn das Cannabis-Gesetz ist ja durchaus in Bayern. Ja. Ich hoffe, dass die Leute wieder mehr kiffen und zu Hause bleiben. Dann ist wieder im Fitnessstudio mehr Platz. Kann man da wieder ein bisschen mehr Sachen machen. Immer noch echt voll, ne? Ja, bei uns ist es ganz schlimm. Ich bin ja extra gewechselt letztes Jahr, weil ich gedacht habe, wenn ich mehr Geld zahle und in so ein schickeres Etablissement gehe, dass ich dann da irgendwie mehr Platz und so habe, mich da aufzupumpen. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass ich jetzt der Asi da bin. Der größte Asi. Der breite, so die breiteste, tätowierteste Assel da, die da so asozial rumläuft. Und alle anderen sind so, ich meine, wir sind ja hier im schönen Stadtteil Kölns, alles nur so schöne und reiche Menschen, bis auf ich halt. Und deswegen falle ich da schon sehr auf. Da war ein McFit, war das kein Problem. Da war ich nur einer unter vier. Egal. Wenn ich mich irgendwann komplett durchgestellt habe, dann kann ich auch in so einem Film mitspielen, wie ihn Dev Patel gemacht hat. Monkey! Ja, zum Thema Primaten. It's a monkey man. Ganz frühzeitig berichten wir euch von diesem Film, der erst am 11. April läuft der erst in den Kinos an, hier in Deutschland. Sicher? So las ich. Ich las von Trier, äh, ich las Vierter. Ab dem 4. April in den deutschen Kinos zu finden, der Film von und mit Dev Patel, den die meisten natürlich kennen aus hier. Slumdog Millionaire? Slumdog Millionaire oder The Green Knight und so weiter und so fort. Genau, ja, stimmt. Und der hat vor einiger Zeit schon einen Film für sich geschrieben oder für sich eine Idee gehabt und dann hat er irgendwie Jordan Peele Wind davon bekommen und dann hat er gesagt, ah cool, hab ich Bock zu produzieren. Und dann haben die sich irgendwie zusammengetan und dann Corona hinher hat ein bisschen gedauert. Auf jeden Fall hat er dann Monkey Man jetzt produziert. Der kommt in die Kinos und der Trailer, der hat mich und auch noch so ein paar andere im Umfeld so ein bisschen in Erregung versetzt. Denn das sah aus wie so eine Mischung aus Upgrade und John Wick. Ordentliche Action, richtig aufs Fressbrett und das irgendwie inmitten der indischen Kultur. Der Dev Patel ist ja zwar Brite, aber hat halt indische Wurzeln. Merkt man am Namen? Ja, genau. Ein wenig zumindest. Ja. Und dann haben wir alle jetzt auf den indischen John Wick gewartet. Das Interessante war, du wusstest gar nicht über den Film. Vor allem, ich habe auch erstens nicht auf den indischen John Wick gewartet. Und ja, zweitens, ich hatte gedacht, das sei ein fucking Horrorfilm. Ich weiß nicht wieso, das Plakat hat mir das irgendwie ein bisschen zirkuriert. Und vor allem halt auch Jordan Peele, weil ich den dann natürlich auch am ehesten damit mit dem Genre verbinden würde. Ja, den hätte man auch mit Comedy in Verbindung setzen können. Und John Peele ist vor allem bekannt durch seine Sketch-Show erst mal. Okay, aber ich kenne ihn, was Filmemachen angeht, nur von Horrorfilmen. Und den Trailer habe ich nicht gesehen. Und deshalb habe ich mich ja quasi auch dazu herabgelassen, nach Köln zu kommen, um in der PV mir diesen Film anzuschauen, den ich mir nicht angeguckt hätte, wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich hier einlasse. Ja? Oh, Foreshadowing. Nee, 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 nee. Wie gesagt, ich wäre nicht für so eine Art von Film nach Köln kommen. Ach so, okay. Das war die Aussage. Ah, so, so, ja, so ein Action-Thriller, Not for the Whole Family, der geht schon ganz gut zur Sache. Der dürfte eine FSK-18 erhalten. Ja, gehe ich auch davon aus. Also wenn Imaginary FSK-16 hat, der hat eigentlich fast jeder andere Film eine FSK-18. Also sorry, tut mir leid. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. Aber naja, auf jeden Fall, in diesem Film bekleidet Dev Patel die Hauptrolle, natürlich. Und er spielt da so einen jungen Mann in den Slums, könnte man sagen, der ja auf der Suche ist nach Arbeit. Und über ein paar Umwege besorgt er sich halt einen Job in so einem zwielichtigen Milieu, in dem er dann aber erstmal so der Tellerwäscher ist. Und da begleiten wir ihn, wie er sich so langsam hochtrickst. Denn seine Nebentätigkeit besteht darin, dass er sich in den Ring stellt mit einer Affenmaske und dann sich verprügeln lässt. Es ist wirklich so, dass er da die meisten Kämpfe so gestrickt sind, dass er da eben verliert. Also das sind Mixed-Martial-Arts-Kämpfe, könnte man sagen. Ja, ne? Ja, er ist ein Jobber. Das könnte man auch sagen. Genau, also einer, an dem sich die anderen hochkämpfen können. Genau, genau. Und es ist so ein bisschen wie beim Wrestling, jeder Kämpfer hat so einen Charakter. Genau. Er ist dann halt der Monkey-Man, weil er die Affenmaske anhat und dieser Ring-Ansager und gleichzeitig Veranstalter, gespielt von Charlton Copley hier, großartiger Typ, den wir aus District 9 kennen oder auch aus dem A-Team, aber in District 9 war er großartig. Ah, stimmt, der hat den Face gespielt, ne? Ne, den Murdoch. Meine ich doch. Face war wirklich cool. Ja, ja, meine ich doch, sorry. Und der sagt ihm halt immer so, ey, mach mal mehr hier, ne, Affen-Moves und Affen-Geräusche und hin und her und er hat aber nicht so Bock drauf. Auf jeden Fall verdient er sich damit so ein paar Pinunzen nebenbei und das ermöglicht ihm, dass er in dieser zwielichtigen, in diesem Etablissement, in dem er da arbeitet, in der Küche sich so ein bisschen hocharbeiten kann zum Kellner und somit kommt er auch mächtigen Menschen näher. Genau. Und dann erfahren wir irgendwann in der Mitte des Films auch, warum er das möchte. Also es ist schon klar, dass sie irgendwie auf Rache sind, aber wir wissen gar nicht, warum. Was ist denn da los? Und irgendwann erzählt uns der Film, dass er Rache am Tod eines geliebten Menschen nehmen möchte. Ah, nicht eines Hundes? Ne, diesmal nicht. Ah, okay. Der Film ist strukturell ein bisschen anders aufgebaut. Bei John Wick ist so, ey, die haben meinen Hund erschossen, okay, ich mach euch alle platt. Ja, genau. Chronologischer erzählt. Hier ist so ein bisschen anders. Und ja, dann entwickelt er seinen Racheplan und später sehen wir dann natürlich den Rachefeldzug, der blutig daherkommt, aber auch sehr spirituell. Und er ist jetzt nicht der Unzerstörber, also natürlich steckt er mehr ein als jeder normale Mensch. Korrekt. Aber er kann jetzt nicht mit Leichtigkeit da jeden einzelnen Gegner zu Brei klopfen. Es ist aber auf jeden Fall auch etwas realistischer als Rocky. Da steckt ja jeder immer hunderttausend Schläge ein, ohne davon irgendwie in irgendeiner Form beeinträchtigt zu sein. Ja, bei Rocky müsste eigentlich jeder schon nach der Hälfte des Kampfes auf jeden Fall bleibende Schäden jeglicher Art für immer mit sich tragen. Ja, Monkey Man. Peter. Manu. Ich habe jetzt gesagt, worum es geht. Ich habe ein bisschen gesagt, dass es auch spirituell ist und so weiter und so. Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen so das Einzige, was ich hier mitgenommen hat, weil letztlich runtergebrochen ist es halt ein relativ simpel gehaltener Rache-Thriller, der sehr brutal daherkommt. Er ist, was die Kampfszenen angeht, erstmal so ein bisschen unaufgeregt, weil wir halt meistens das sehen, was im Ring passiert. Das ist auch so ein bisschen dirty eingefangen mit shaky Kamera, Handkamera, etwas unübersichtlich teilweise, wie ich sagen muss. Das ist dann später ein bisschen besser inszeniert auch. Wir haben ein bisschen besseren Überblick. Also das nimmt halt dann auch von der Qualität her irgendwie zu und ist auch von der Quantität her, weil er dann später halt bei seinem wirklichen Rache-Feldzug dann halt auch wirklich den bösen Leuten auf die Fresse gehen muss und das zwar nicht zu wenig. Und in der Hinsicht ist er dann am Schluss auch recht brutal und zwar in einer Weise, in der das John Wick nicht ist, weil bei John Wick in der Regel man die physische Gewalt nur erahnt, aber nicht direkt sieht. Wenn es um wirklich Beine brechen geht, Arme brechen geht und so. Boah, da möchte ich ein bisschen widersprechen. Ja? Ja, ja. John Wick ist auch so gerade Teil 3 und 4 auch schon sehr, sehr explizit. Aber auch sehr blutig? Es ist natürlich viel CGI-Blut, also es gibt Blood Squips und so weiter, aber da werden auch einige Knochen gebrochen. Also da gibt es auch viel Hand-to-Hand-Combat. Okay. Gerade im Dritten, wenn da noch so ein paar asiatische Kämpfer kommen und so, geht da schon derbe zur Sache. Den habe ich jetzt aber auch gar nicht mehr groß auf dem Schirm. Also den führt natürlich noch eher. Aber bei John Wick ist es so, dass es ein bisschen stilisierter angefangen ist. Das sieht mehr nach Choreografie, nach Videospiel aus und hier ist es ein bisschen dreckiger. Ja, wobei der am Schluss ja auch ein bisschen mehr in diese Gefilde, sag ich mal, vordringt, wo es dann auf jeden Fall auch stylischer wird. Dann wird mit Licht gearbeitet. Das suggeriert ja auch das doch nette Poster vom Film, wo er da so vor rotem Hintergrund steht. Das sehen wir dann halt auch später, so Cyberpunk mit der John Wick-Optik halt verbunden. Das ist schon... Das Plakat sieht sehr wie Upgrade aus. Ja, das ist zielistisch dann am Schluss schon ganz nett. Aber wie gesagt, ich finde den halt schon recht brutal. Der macht da nicht viele Gefangene. Ist für mich letztlich aber, was die Choreografien angeht, nicht auf dem gleichen Niveau wie ein John Wick. Aus seiner einer Szene vielleicht? Ja, außer die Küchenszene, gut. Ja. Da fühle ich mich dann auch so ein bisschen an Chucky Chan erinnert, nur ohne die Physis. Dass Chucky Chan dann halt auch noch über die Tische springt und durch irgendwelche kleinen Öffnungen oder weiß ich nicht, so ein bisschen Ballett-mäßig rumtänzelt. Er ist hier ein bisschen lockerer und cooler unterwegs und bewegt sich einfach nur ein Zentimeter und hat dann schon den Vorteil. Also was so die Action angeht, war das in Ordnung. Deshalb musste irgendwie so das Drumherum die Geschichte irgendwie versuchen zu überzeugen. Da ist halt irgendwie so das Einzige, was mich so ein bisschen irgendwie, ja in Anführungsstrichen, abgeholt hat, die in Anführungsstrichen politische Ebene, weil er sich halt auch so mehr oder weniger gegen die höhere Gesellschaft stellt, weil halt seine Gegner, sag ich mal, von den oberen 10.000 halt herkommen und er gleichzeitig Ausgestoßene hier mit reinbringt. Also gesellschaftlich Ausgestoßene. Genau, sich selbst erstmal, aber dann eben auch noch ein paar andere, bei denen er dann Unterschlupf findet. Genau, vor allem die Transgender-Gemeinschaft hat hier eine wichtige Bedeutung. Und auch Moslems, ne? Also das wird ja auch nochmal formuliert in dem Film, dass so diese muslimische Gemeinde da es auch sehr schwierig hat, sehr schwer hat. Genau, genau. Ja, aber das war vielleicht so ein klitzekleiner Mehrwert, weil das für mich dann letztlich auch so ein bisschen Mittel zum Zweck war, weil er das dann auch nicht so sozialkritisch mittig hier integriert, dass man das irgendwie dann am Schluss noch mitnimmt groß. Ich finde auch, dass er das wesentlich cleverer und eleganterer hätte lösen können hier. Denn ja, optisch und auch auf der Audioschiene ist das hier alles schon so sehr mit indischer Glasur überzogen. Was cool ist, weil das kenne ich, wie gesagt, ja nicht so sehr. Und das finde ich auch cool, dass er da so seine eigene Kultur und seine eigenen Wurzeln da verarbeitet hat. Da ist der Soundtrack, hat so viele Bouncy Beats und auch ein paar bekanntere Songs in anderem Gewand, aber vor allem auch so ein bisschen modernere indische Kompositionen zum Grooven und Updancen. Es spielt halt auch so komplett in der Kultur, ne? Also da laufen jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Weißkörper rum. Jetzt mal Shalto Kopley aus Südafrika mal ausgenommen. Ansonsten spielen ja hier auch indische Schauspieler mit, zum Beispiel der Sikandar Kerr, der in einigen größeren indischen Produktionen auch schon mitgespielt hat. Also den kennt man auch aus dem Bollywood-Kino, wenn ich das so richtig gesehen habe, nach meiner Kurzrecherche. Das finde ich alles cool und gelungen, aber es hebt den Film dann insgesamt doch nicht so heraus. Also die zwei Stunden, die vergehen nicht so locker flockig wie die knapp drei Stunden John Wick 3 oder ich glaube vier geht auch so lang. Die gehen alle so zweieinhalb Stunden. Das ist sehr schade, denn am Anfang ist ja die Action muss ja eigentlich überzeugen und das ist so, dass das hier völlig in Ordnung ist, aber auch keine großen Bäume ausreißt. Am Anfang hast du schon gesagt, viel so shaky cam, was mich abstößt, weil ich da wirklich ja kein, warte mal kurz, der Flo vom Hardline ruft an. Moin Flo, hi, servus. Hallo. Störe ich? Ja, wir nehmen gerade Podcast auf. Du bist gerade quasi auf der Aufnahme. Sag mal hallo zur Filmfressenfamilie. Hallo alle. Schön, dass ich auch dabei sein darf. Ja. Flo ist jetzt auch mit dem Podcast. Das ist der Macher und Chef des Hardline Filmfestivals, über das wir hier auch schon ein paar Mal berichtet haben. Flo, soll ich dich einfach nach dem Podcast nochmal anrufen? Ja, genau. Ich bin den ganzen Abend im Kino, von daher jederzeit rufen wir an, Baby, ich will deine Stimme hören. Alles klar. Bis später, ja? Bis dann. Ciao. Es tut mir leid, normalerweise machen wir das nicht, aber das Handy vibriert sonst hier rum und ich habe das ganze Wochenende versucht, mich mit dem zu connecten und das hat nicht funktioniert. Also wir haben immer aneinander vorbeitelefoniert. Also auf der Action bietet der Film jetzt nichts Außergewöhnliches, was wir nicht in anderen Filmen die vergangenen Jahre schon gesehen haben und diese Gesellschaftskritik und diese Kulturanstrich, die überzeugen dann leider doch nicht. Also vor allem bringen die, dieses Spirituelle ist irgendwann zu nervig, ist zu dick aufgetragen und bremsen den Film auch aus. Also der Film hat echt einen Hänger in der Mitte. Ja, der geht halt die zwei Stunden und das ist halt definitiv deutlich, für mich deutlich zu lang. Ja, vor allem für das, was er erzählt. Diese Rache-Geschichte ist ja auch total simpel und ich fand den Kniff ja ganz cool, dass er am Anfang gar nicht sagt, warum er das macht, sondern erst nach 40, 50 Minuten dann um die Ecke kommt, aber dann erklärt er es dreimal. Ja, genau. In Rückblenden. Und das ausufernd. Und dann noch in Erklärungen. Ja. Da kommt noch Exposition Man und Exposition Woman um die Ecke und ich denke so, nee, komm, also das brauche ich jetzt nicht nochmal ausführlich erklärt, ist doch klar, was jetzt hier Sache ist. Ja, wir wollen Monkey Man in Action. Ja, und das ist dann über die zwei Stunden Spielzeit etwas weniger Action. Ja, schade. Ich bin dann doch etwas ernüchtert aus dem Saal gekommen. Fand den jetzt nicht so schlimm wie manch andere Kollegen, aber halt auch wirklich nicht gut. Also leider sehr mittelmäßig, weil der aus den vergangenen Jahren einfach zu starke Konkurrenz hat. Ja, definitiv. Da muss man sich halt mit ganz anderen Kalibern mittlerweile messen, was das Genre halt hergibt. Ach, kill them all. Aber man kann ja natürlich auch festhalten, es war ein Regie-Debüt. Also das heißt, er hat das erste Mal sich halt auf dem Regiestuhl versucht und das heißt, es kann auch besser werden. Und das sollte es vielleicht auch, aber so die erste Fingerübung ist jetzt kein Totalausfall, sagen wir es mal so. Nee, das nicht, aber es ist leider zu mittelmäßig, weil gerade, wenn man jetzt sieht, selbst so ein Tyler Rake, hier Extraction 1 und 2, hat mehr zu bieten und das ist einfach Netflix-Futter. Und dieser Film kommt hier ins Kino. Und wie gesagt, der Trailer, der zeigt halt ein paar Szenen, da habe ich echt mit der Zunge geschnalzt. Aber das sind dann so Dinge aus dem Finale. Und das ist auch nur dann richtig geil. Und das ist dann schade. Und alles andere, was er erzählt, finde ich auch in Ordnung, aber ist eben insgesamt nicht genug. Ja, ist kein Roadhouse. Nee, Roadhouse und Patrick Swayze, cooler Film, haben wir schon mal besprochen. Den hatte der Gäste sich ja damals gewünscht. Und für mich war das auch eine Erstsichtung damals. Den hatte ich nicht auf dem Schirm und nicht alleine nur wegen Patrick Swayze. War das tatsächlich ein cooler Actioner aus den, der ist aus den 80ern, meine ich. Ist aus den 80ern. Ja, 89, irgendwie relativ spät. Ja, und jetzt hat man sich tatsächlich daran gewagt, davon einen Remake zu machen. Ja, also Roadhouse, der Film ist in den USA auf jeden Fall mehr Kultfilm, als er das in Deutschland ist. Definitiv. Oder in Europa. Und ich habe den Roadhouse auch dann sehr spät gesehen, nämlich erst auch als wir den besprochen haben hier und finde den sehr cool. Ja. Der ist kein besonders ausgeklügelter Film. Aber das war ja so, dass Patrick Swayze zu der Zeit eher so romantische Filme gemacht hat. Er war immer so der Schönling, der Rom-Com-Typ. Und dann hat er halt so einen Film gemacht, in dem er so ein abgefuckter Türsteher ist, dessen Ruf ihm vorauseilt und er halt mit wenigen Bewegungen und ansonsten auch mit seinem Mundwerk die Leute davon überzeugen kann, das mal mit dem Kämpfen sein zu lassen oder sich mal hier aufzuspielen. Und dann wird das gegen Ende ja so ein ganz düsterer Action-Thriller. Also wenn du das Finale in dem Haus nochmal bedenkst, dann wird es auch richtig brutal und richtig fies. Ja, und Amazon Prime oder Amazon hat sich gedacht, wir machen jetzt ein Remake. Denn Remakes sind immer gut. Immer. Ja. Das ist vor allem immer gut, weil von 80er-Jahren Filmen oder 90er-Jahren Filmen Remakes, ich kann nicht richtig reden, Remakes zu machen. Ach nix. Denn dann schauen sich das die Leute, die die Filme von damals kennen, auf jeden Fall an. Und da die Retrowelle jetzt schon seit einigen Jahren oder fast schon Dekaden läuft, gucken sich das eben auch die etwas jüngeren Leute an und der Rubel rollt. Das stimmt. Ja, und unter der Regie von Doug Lehman, der auch sowas gemacht hat wie Mr. Mrs. Smith, den ich auch Edge of Tomorrow gemacht habe. Ja, genau. Und der hat Born Identity gemacht. Ah, guck mal, sowas halt, ne? Ja, gar nicht so schlecht, aber viel schon hat er gemacht. Ja, aber er darf jetzt halt Roadhouse Remaken. Da muss man sagen, ja, Roadhouse an sich schon auch, ist halt ein stumpfer Film. Verdient also kein Remake. Weiß ich nicht. Also es hat niemand danach gefragt, glaube ich. Das ist richtig. Also jetzt nur die Sache, von wegen so, ist es denn auch cool? Kann es denn den Geist des Originals rüber transportieren in die heutige Zeit? Denn Roadhouse jetzt, 2024, spielt in Florida, also ich glaube, das Original ist irgendwo im Mittleren Westen, glaube ich, ne? Ja, ich hatte auch tatsächlich Florida im Erinnerung. Ja, in Missouri ist das. Und das ist? Ist Mittlerer Westen. Habe ich doch gewusst. Also, wir kommen jetzt vom Mittleren Westen in, ja, ein flippigeres, cooles Florida. Das Äquivalent zum Sunshine State, aber halt auf der Ostseite. Und Jake Gyllenhaal spielt hier die Hauptrolle. Richtig. Der ist halt der neue Patrick Swayze. Ja, ist er eigentlich nicht, weil Jake Gyllenhaal ist nicht dafür bekannt, jetzt schmusige Rom-Coms zu machen. Also, wir kennen ihn ja aus Filmen wie Donnie Darko, Jarhead, hier Enemy, Nightcrawler, solche Sachen. Also auch eher so ein paar, ja, sag ich mal, Indie-Sachen, düstere Sachen. Genre. Auf jeden Fall Genre-Filme. Ist ein starker Schauspieler. Oder auch aus Southpaw. Da hat er nämlich schon geboxt. Und da haben wir gesehen, physisch hat er auf jeden Fall was druck. Ja, hier hat er nochmal ordentlich zugelegt, was die Physis angeht. Ja, ist auf jeden Fall noch ein bisschen leaner und jetzt kommt er halt muskelgestellt als Türsteher. Bouncer, ja. Ich sag aber, ich hab immer das scheiß Englische Wort im Kopf als Türsteher. Rausschmeißer eher. In das Roadhouse, das auch Roadhouse heißt, was in diesem Film hier ein Gag ist. Haha, lustig. Da sind ganz viele Unruhestifter, die da ständig Schlägereien anzetteln. Genau. Und das Roadhouse da kaputt machen. Aber nicht mit Albert Dalton, ehemaliger UFC-Kämpfer in dieser Geschichte. Der schon hier Post Malone das Fürchten gelehrt hat. In irgendeiner Szene ganz am Anfang. Der kennt Post Malone. Das ist ein Musiker. Das sind diese ersten Schlägereien in dieser Scheune, ist der da drin. Kenn ich nicht. Und da setzt er sich ja hin und sagt so von wegen, er fordert ja raus. Ach, der Fette? Und dann sagt der Typ, ja fett, weiß ich nicht. Obliegt mir jetzt nicht, das zu beurteilen. Doch, du bist es selber, also passt das. Nee, aber nicht. So fett ist er dann auch nicht. Nee, aber schlägt gut zu. Ja, genau. Und dann haben die Leute ja schon direkt keinen Bock mehr, gegen ihn zu kämpfen. Also auch hier, der Ruf eilt ihm voraus. Ja, also neues Setting, altbekannte Geschichte. Cast ein bisschen diverser aufgestellt. Und ja, das war's. Es kommt dann halt noch als einer der größten Gegenspieler halt Conor McGregor vorbei, der Conor McGregor spielt. Der heißt hier Knox. Aber spielt irgendwie sich, also halt sehr von sich überzeugt, arrogant, läuft die ganze Zeit breitbeinig rum und klopft Sprüche. Und das ist halt so ein Ding, der Film macht Spaß, das kann ich schon mal sagen. Der geht auch seine zwei Stunden, ist damit glaube ich noch ein, nee, geht ein bisschen länger als das Original. Ja, aber es werden Sprüche geklopft, es gibt hier auf die Fresse und das Remake hält sich nicht zu lange mit so einer Liebesgeschichte auf. Ja, beziehungsweise erzählt sie jetzt nicht unfassbar kitschig, wie man es vielleicht erwartet hätte oder vermutet hätte. Ja, in dem 80er Jahre Roadhouse gab es ja noch so eine Sexszene und alles. Und da wird es dann irgendwie noch so ein bisschen dramatischer. Und da wird es am Ende ja super düster. Und hier bleibt das so ein bisschen auf dem Fun-Action-Level. Obwohl der auch ziemlich blutig ist. Ja, und der Endkampf an sich war ja schon recht brutal, wenn man berücksichtigt, wie er ausgeht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Peter, was sagst du? Also, ich hole mal weit aus. Die Sache ist, ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Ja, warum? Ich fand erst mal Roadhouse mit Patrick Swayze. Wie gesagt, das war für mich so eine Entdeckung, die der Gäste mir beschert hat. Ich hatte den nicht auf dem Schirm, fand ich sehr unterhaltsam. Ich hatte den Jahre auf dem Schirm, aber leider nicht gesehen, weil es ist ja manchmal so. Gar nicht. Und daher lohnt es sich auf jeden Fall immer, ein Patreon-Aber bei uns abzuschließen. Dann könnt ihr uns oder respektive mich gerne auf solche Perlen stoßen. So, das Zweite ist, der Roadhouse damals, der hatte ja schon eine coole Sau. Also eine wirklich coole Sau mit Terry Funk, einem realen Prügel-Experten. Weil der ja professioneller Wrestler war und wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass der Typ einen an der Klatsche hatte. Also vor allem, was das physische angeht, weil der hat auch im Extreme Wrestling viel gemacht. Das heißt, der war durch und durch gestört und da ist Conor McGregor noch ganz weit von entfernt. Also Conor McGregor hätte vor ihm Angst. Aber nichtsdestotrotz mag ich Conor McGregor. Also das, was er darstellt, beziehungsweise ganz ehrlich, der wird ein riesengroßes Arschloch sein. Meinst du privat? Ja, glaube ich. Glaube ich nicht. Doch. Ja, ich glaube nur, dass der halt nach außen hin so ein Show-Typ ist. Ja, aber der hat halt auch einige Auftritte in der Öffentlichkeit gehabt, die man mitgekriegt hat, die halt nicht so cool waren. Wie in wirklich Schlägereien, in Bars und solche Geschichten. Ja, aber du sagst was in der Öffentlichkeit. Ich meine, ich rede von privat. Ich glaube, privat kann der bestimmt nett sein. Ja, aber privat ist ja mehr als nur zu Hause. Du bist ja auch, wenn du unterwegs bist abends, wenn du jetzt nicht groß das an die Glocke hältst, bist ja auch regelmäßig privat da. Ich schon, aber nicht Conor McGregor, der ist eine Person des öffentlichen Lebens. Ja, aber das ist er halt auch nicht von Anfang an gewesen. Ist auch egal, ob er ein Arschloch ist, er ist auf jeden Fall, er spielt auf jeden Fall eins, beziehungsweise er zeigt sich als solches. Und als solches kann er ja auch unfassbar geil Promotion machen. Also der ist ja eins der Flagships hier von der UFC. Der hat das Game gecheckt, der hatte doch mal diesen Boxkampf. Genau, mit Floyd Mayweather. Genau, und er wusste ganz genau wie alle anderen auch, dass er diesen Kampf verlieren wird. Natürlich. Aber den hat er sich halt so gut bezahlen lassen, dass es für den auf jeden Fall eine Win-Win-Situation war. Es war eine Mega-Promo-Aktion für ihn. Der hat mehr Geld gekriegt, als in der Regel einen Boxer kriegt. Ja, siehst du mal. Und dann, also für den hat sich das ja nur ausgezahlt. Klar, der hat natürlich ein bisschen auf die Fresse bekommen, aber wahrscheinlich nicht schlimmer als in manchen UFC-Kämpfen. Ja, Boxen ist in der Regel schlimmer, was die Langzeitschäden angeht, weil man ja deutlich immer mehr auf die Fresse kriegen kann, weil das ja abgefedert ist durch den Handschuh. Während du beim UFC kriegst du ja dann mal den Knockout und bist dann weg und dann kriegst du nicht zumindest nochmal 20 unnötige Schläge drauf. Aber egal, Conor McGregor ist für mich hier, also Jake Gyllenhaal, da wollen wir nicht drüber sprechen, fantastischer Schauspieler. Der spielt die Rolle halt auch super, vor allem dieses in sich zurückgezogene, weil er halt so eine Vergangenheit hat. Besonders wenn es dann halt um dieses Anwendeln da mit der Ärztin geht, wie er sich verkauft, wie cool er dann auch ist, wenn er ein Messer in den Rücken gestochen kriegt, dabei keine Miene verzieht und dann dem anderen den Arm bricht. Ich habe jetzt nichts erzählt, was im Film passiert, aber so in der Richtung. Ja, aber Jake Gyllenhaal ist auch einfach unfassbar sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Auch hier, wenn er so den Melancholischen gibt, aber dann zwischendurch lächelt er dann auch wieder und dann denkt man sich so, ach komm, ist doch ein cooler Typ so. Auf jeden Fall. Guck mal, wie sympathisch der ist. Deswegen ist er das perfekte Gegenstück halt, zu den Bösen da. Ja, wobei er das sich ja am Schluss so ein bisschen angleicht. Du sollst keine schlafenden Hunde wecken. Don't let no one get this close. Und das ist ja das Große, was hier passiert. Und das halt hauptsächlich durch Conor McGregor, weil der halt auch einen absolut durchgeknallten Freak halt spielt. Und das sehen wir halt schön in der ersten Begegnung, nachdem sie sich halt ein paar Mal auf die Fresse geschlagen haben, heißt es ja nur so vor dem Weg, ach du bist ja auch so einer. Und da haben sich dann quasi zwei gefunden und darum bildet sich ja dann auch letztlich der ganze Showdown um die Begegnung zwischen den beiden. Ja. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er gecastet wurde. Ich finde, das ist auch eine super Cast-Entscheidung. Absolut. Nicht nur, weil er den Film damit gut vermarkten konnte, sondern auch, weil er eine coole Sau ist mit einer krassen Ausstrahlung. Er ist ein Mehrwert für den Film. Definitiv. Allein die Einführung von ihm ist halt schon großartig, wenn er da nackt über so einen Markt läuft, sich dann die Jacke holt und dann da angerufen wird und so. Das ist schon tiptop. Und wenn er da auch bei den anderen Bösen da in dieses Haus kommt und dem ist eigentlich der Typ, der die Fäden zieht, aber der hat ja noch einen Vater, also der Billy Magnussen, fragt sich, hä, was machst du denn hier? Und dann sagt er hier schöne Grüße von deinem Vater und gibt mir so einen Jab ins Gesicht. Einfach so, das ist keine Backpfeife, der haut dem auch nicht eine runter, gibt so einen leichten Jab und das ist so geil, wenn er den so locker raushaut und Magnussen schon direkt so, oh Gott, oh shit, was habe ich dir jetzt hier gerade abbekommen? Sehr, sehr lustig und wie er da mit den ganzen Leuten da umgeht und wie er sich da direkt einnistet und einfach nur sagt, ey, ich bin hier der King. Ja. Das ist einfach so lustig und das kann halt der Conor McGregor machen, weil er das ja auch schon so macht. Ja, aber ich muss auch sagen, mich hat irgendwann so ein bisschen sein diabolisches Grinsen genervt. Also das hat er eigentlich durchweggebracht. Daran merkt man halt, er ist kein Schauspieler. Er hat halt einfach versucht, sich selber irgendwie darzustellen, nur das aber so ein bisschen zu toppen. Ja, und das ist ja das, was hier generell passiert, ist alles ein bisschen over the top. Auf jeden Fall. Aber das war im Original ja auch schon so. Alles ein bisschen drüber. Das ist richtig. Er wird am Schluss für mich dann aber auch so ein bisschen ermüden tatsächlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns den Bootstand anschauen, auch hier und da extrem unrealistisch. Fängt ja schon damit an, dass die sich so krass gegenseitig auf die Fresse schlagen, dass man schon glaubt, ja, hier hätte man jetzt aber schon mehrfach den Kampf beendet, beziehungsweise irgendwie Sanitäter geholt. Aber das passt ja mit dem, dass es komplett drüber ist. Das war ja auch in jedem 80er, 90er Jahre Actionfilm so, dass sie sich halt viel zu lange und heftig auf die Fresse gegeben haben. Und das passt zu Roadhouse einfach. Ja, aber was halt lustig ist, weil sie ja mit der UFC hier auch, sag ich mal, ein Sportgewerbe mit reingebracht haben, das ja eigentlich darauf basiert, dass es halt eben krasse Folgen haben kann, so eine Prügelei. Und das ist ja letztlich auch der Hintergrund seiner Geschichte. Genau, und das ist das Einzige, was hier ein bisschen hinkt, ist so dieses, in diese Over-the-Top-Welt so dieses Geerdete reinzubringen. Genau. Das beißt sich ein bisschen. Ja. Ich finde, es funktioniert dann trotzdem, also man glaubt's halt dann schon irgendwie, also so der Figur, so der Kontext. Aber es war schon weird zu sehen in diesen Rückblenden so echte UFC-Werbung und so das Oktagon und alles, das hat mich so ein bisschen erst mal irritiert. Ja, das sind ja alles reale Aufnahmen. Deswegen, also ich will nicht sagen rausgerissen, aber ja, vielleicht schon so ein bisschen. Das hat schon irritiert, weil ich gedacht habe, okay, das hätte ich jetzt hier nicht erwartet und nicht verortet für Daltons Vorgeschichte. Ja. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen homogener lösen können. Auf jeden Fall. Die Sache ist halt, ich bin letztlich mit einer riesen Erwartung irgendwie drangegangen, weil ich halt das Original schon cool fand. Jack Gyllenhaal für mich einer der besten Schauspieler aktuell ist und Conor McGregor einfach eine coole Sau ist und einen geilen Antagonisten stellt. Und dann hat der mich filmig aber dann, er hat mich zu einem gewissen Grad unterhalten, aber er hat mich auch irgendwo ein bisschen enttäuscht. Echt enttäuscht? Ja. Boah, krass. Nee, ich finde den cool. Wir wissen ja auch, warum das mit der UFC da drin ist, ne? Das ist natürlich Cross-Marketing, das hat was mit Kohle zu tun, ne? Richtig. Gerade wenn du auch den Conor McGregor da hast und so, dann kannst du das halt, ne? Dann kaufst du das in einem Package und dann... Richtig. Das ist einfach coole Gründe, ne? Ja, aber ich sag nicht, dass er schlecht ist, ne? Ich hatte, er hat seine Momente auf jeden Fall, er hätte es hier und da, wie ich finde, ein bisschen straffer erzählen können. Was ich immer wieder ganz cool fand, war tatsächlich die Live-Musik, also ist jetzt keine Live-Musik, aber die Musik, die halt live in dem Roadhouse immer gespielt wurde, weil sie da auch sehr abwechslungsreich waren. Und das wurde ja dann auch immer genutzt, dass irgendwelche Leute da meinten, Prügeleien anzufangen. Aber war natürlich dann immer nur ein Mittel zum Zweck, dass die beiden aufeinandertreffen konnten, beziehungsweise, dass wir halt den einen oder anderen coolen Showdown hatten. Und der Running-Gag war ja das mit dem Krankenhaus, was dann irgendwie auch... Das ist nur 25 Minuten entfernt. Genau, ganz lustig war, weil der Dalton ja von vornherein irgendwie klar macht so, ich möchte euch nicht wehtun, aber ich werde euch wehtun, aber ich möchte wenigstens dafür sorgen, dass ihr ärztliche Hilfe erhaltet. Ja. Und das fand ich irgendwie schon dann doch sympathisch. Ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, wo diese hohe oder große Erwartung herkommt. Also du hast es zwar erklärt, aber auch Roadhouse ist jetzt kein Meisterwerk in dem Sinne. Das ist ein sehr cooler Film, der einfach Spaß macht, aber ist halt sehr stumpf. Und das ist dieser Film auch. Und ich finde, er nimmt wirklich diesen Geist des 80er-Jahre-Films und transportiert den sehr gekonnt in die Jetzt-Zeit. Diese paar Abstriche hin und her, ich finde das sehr straffer als das Original. Also da muss ich sagen, dass der alte Roadhouse sich eher ein bisschen zieht. Und dadurch, dass die hier so ein, zwei Sachen weggelassen haben, auch so, dass er einen Kumpel hat, der dann ihm hilft, das ist ja im Original auch so. Das haben die hier weggelassen. Die Liebesgeschichte nicht zu ausführlich. Dann mit Joaquin Dalmeida, ein Oldschool-Bösewicht hier reingebracht. Den Portugiesen habe ich direkt, am Anfang zeigen sie ihn ja nicht. Und ich habe nur die Seite gesehen und ich so, Joaquin Dalmeida. Portugiesen erkennen sich direkt gut. Und der Big Dick war es dann. Und dann gibt es noch diesen Comic Relief, wo das anfängt mit dem Running Gag mit den 25 Minuten bis zum Krankenhaus. Der war auch cool, weil das von den Bösen, in Anführungsstrichen, einer war, der einfach sympathisch ist. Weil der so ein blöder Mitläufer ist, der einfach ein paar blöde Sprüche bringt. Der, der den Arm gebrochen kriegt. Ja, genau. Ja, okay, ja. Das fand ich alles gelungen und ich habe einfach gute Unterhaltung erwartet und stumpfe Unterhaltung. Und die habe ich halt hier bekommen. Zudem die Sachen, die sie anders gemacht haben, zitiere meine Frau gerne. Den Credit muss ich leider abdrücken, aber das fand ich richtig cool. Diese Episode mit dem Boot gegen Ende. Ja. Der Pre-Showdown. Ja. Da wird es ja so ein bisschen von Roadhouse zu Boathouse. Credits an meine Frau. Sehr, sehr cool. Da habe ich schon gedacht, so von wegen, okay, krass, statt in dem Haus wie im Original gehen sie jetzt auf ein Schiff. Fand ich eine coole Idee. Aber später sind sie ja dann noch in einem anderen Haus. Aber da wird es auch nicht so düster. Und das ist ja der Bruch, den irgendwie das Original hat. Den hat der Film hier nicht so, abgesehen jetzt von diesem UFC-Hintergrund. Aber auf jeden Fall, ich habe da wirklich nicht viel zu meckern. Mich hat der ziemlich überzeugt, ich fand den echt cool. Um das kurz zu relativieren, mir hat er letztlich besser gefallen als der Monkey Man. Ja, das sowieso. Ja, das möchte ich auf jeden Fall noch festhalten. Ich möchte jetzt auch nicht weiter groß ins Detail gehen. Also, ich fand den nicht scheiße. Ich fand den nur unterhaltsam. Ist halt nur wieder so eine Erwartungsgeschichte. Und man hätte halt zum Beispiel dann auch die Geschichte mit dem jungen Mädel und ihrem Vater. Sowas fand ich dann irgendwie letztlich irgendwie Ballast. Weil das Geld, um jetzt viel vorwegzunehmen, hätte man irgendwie auch anders nutzen können. Ja, aber das wird ja auch nicht zu sehr auserzählt. Nee, das sag ich ja nicht. Aber ich brauchte nicht diese zwei Figuren, damit er am Schluss jemanden hat, dem er das Geld geben kann. Das fand ich dann irgendwie albern. Aber gut, wie gesagt, ist vielleicht Beckern auf hohem Niveau. Weil letztlich bedient er das, was er bedienen möchte. Das ist kurzweilige Action-Unterhaltung. Und der letzte Kampf, der macht Spaß, auch wenn er schon so mit das Unrealistischste ist, was du so in letzter Zeit im Action in der Prügelei gesehen hast. Aber dennoch irgendwie dann doch voller Adrenalin, dass du da irgendwie dann doch deinen Spaß dran hast. Also es war jetzt kein Patan. Da gab es noch ein paar unrealistischere Sachen in der Schleckerei. Ja, ja, aber da sind wir in Bollywood. Und abgesehen davon, dass ich da noch nicht mitreden kann, kann ich mir vorstellen, dass das insgesamt halt auch da alles ziemlich unrealistisch ist. Ich finde das so schade, dass du immer wieder an deiner eigenen Erwartung scheiterst und nicht im Vorfeld versuchst, das so ein bisschen einzuordnen. Deswegen fiel mir das so schwer, die Immaculate zu empfehlen, weil der echt ein cooler Film ist. Aber ich weiß, in dem Moment, in dem ich dir das gesagt habe, wird dir dir nicht gefallen, weil du denkst... Ey, das ist Quatsch. Du hast ja nicht gesagt, dass es der beste Film der Welt ist, ohne das zu sagen. Ja, vielleicht ist er der beste Film. Natürlich! Allerzeiten. Er ist der beste Horrorfilm, der... Übrigens, ja, hier nächste Woche läuft er an, Immaculate. Geht auf jeden Fall rein. Ist der coolste Horrorfilm, der in letzter Zeit angelaufen ist. Mit einer absolut überzeugenden Sidney Sweeney. Genau. Ja, und den Roadhouse kann man sich aktuell bei Prime anschauen. Und man sollte es tun. Also ich sage auf jeden Fall, wenn ihr knallharte Drauhauf-Action haben wollt, dann seid ihr hier auf jeden Fall bestens bedient mit. Ja, okay. Dann kommen wir von der Erde. Wann haben wir uns jetzt geerdet? Gehen wir mal Richtung Weltenraum. Ja, Weltall in meinem Fall. Aber es ist ja trotzdem noch eine Gefahr, die den Erdbewohnern gilt. Ach so, aber die Gefahr kommt aus dem Weltall. Genau, aber sie kommt aus dem Weltall auf die Erde und da spielt sich halt der komplette Film auf der Erde ab. Ja, es ist bei dem Film, den ich gesehen habe, auch so. Okay, ja gut. Ich meine, es ist halt 50er Jahre. Da ist es natürlich ein bisschen, ja, es ist nicht unmöglich. Es ist auch nicht schwierig, das im Weltall spielen zu lassen. Aber es ist vor allem aber auch viel interessanter, das auf der Erde zu zeigen, weil es ja ein irdisches Problem ist, wenn sie from outer space kommen. Ja, wir machen jetzt einen drolligen Dreier, denn wir haben drei Filme gesehen, die alle aus den 50er Jahren sind und die alle was mit Weltall oder mit Wesen aus dem Weltall zu tun haben. Aliens, genau. Ja, genau. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil mein Film Gefahr aus dem Weltall oder It Came from Outer Space hat zwei Besonderheiten. Zum einen, es ist der erste von Universal gedrehte 3D-Film. Der Film ist von 1953 von einem gewissen Herrn Jack Arnold. Viele mögen ihn kennen als den Creature Feature Godfather. Ja. Und so hat er 1953 halt den ersten 3D-Film für Universal beigesteuert. Wie kam ich darauf? Der gute Steffen war beim, das weißt du nochmal, wie dieses Festival heißt? Pop-Out Festival. Genau. Und da hat er den auf der großen Leinwand gesehen. Und das habe ich mitgekriegt und dachte mir so, aber den Film, den hast du doch. Den hast du sogar in 3D, also auf 3D-Scheibe. Ja, und dann habe ich mir den natürlich reingeschmissen, weil er auch ein, zwei nette Worte darüber von sich gegeben hat. Und mir ist aufgefallen, ich kannte den schon, aber nur in 2D bis dato. Aber in 3D hat das natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung. Ich muss sagen, es ist ein Real 3D, also nicht mit einer Brille. Das war sehr cool. Der hat halt auch einiges hergegeben. Es war natürlich hauptsächlich räumliche Tiefe. Ab und zu mal so der ein oder andere Pop-Out-Effekt. Vor allem, wenn es um das Auge der Aliens geht, weil das Auge ein ziemlich krasses, hervorstehendes Merkmal der Aliens ist. Und so hat sich das natürlich angeboten, das dann halt 3D-mäßig wirken zu lassen. Aber letztlich ist es halt eine relativ simple Geschichte von einem Wissenschaftler, der mitkriegt, dass ein Meteorit, Meteor oder was auch immer abstürzt. Gut, letztlich ist klar, es ist ein UFO, der das halt untersucht. Keiner mag ihm glauben. Und dann haben wir dieses Körperfässer-Syndrom, dass Personen anscheinend ausgetauscht werden durch die Aliens. Mehr möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht verraten. 53 ist relativ früh. Das heißt, der hat wahrscheinlich dann auch hier und da gewisse Filme mit seinen Ideen beeinflusst. Unter anderem beispielsweise einen Tobey Hooper in Invasion von Mars. Da gibt es tatsächlich eine Szene, die wirklich mehr oder weniger eins zu eins genau so erzählt wird. Ja, das ist aber natürlich auch kein Geheimnis, dass Tobey Hooper sich dabei hat heftig beeinflussen lassen. Nö, nö. Von den Filmen der 50er. Genau, aber es ist schon bemerkenswert, wie er das schon fast kopiert. Nicht nur, dass er die interessante Facette hier dieses, ich sag mal, Körpertausches in Anführungsstrichen halt nutzt oder übernimmt, sondern auch eine Szene ist halt wirklich fast eins zu eins. Die spielt in der Gasse und man geht halt diesen, ich sag mal, Körperfressern hinterher. Alles, was da so passiert, das wird halt wirklich eins zu eins in Invasion von Mars halt übernommen. Aber nichtsdestoweniger Trotz zeigt ja nur, dass man sich hier dann bei einem, dass man sich hier bei was Coolem, sag ich mal, bedient hat. Und das wertet das ja letztlich nur auf. Und ja, der Film ist überaus gelungen. Der ist spannend gezeichnet. Der ist von den 3D-Effekten her, bin ich sehr überrascht, wie cool das schon damals aussah. Ich meine, wir kennen das von Creature from the Black Lagoon ähnlichen Filmen, dass das halt auch schon damals halt cool mit den Kameras eingefangen werden konnte. Und dass es halt ein riesengroßer Unterschied ist, ob man da mit Anaglyphan geht oder mit dem Real 3D. Also wenn man das dann halt wirklich mit diesen Kameras aufgenommen hat. Oder auch später gab es ja dann auch dieses Konvertierte. Das kann halt alles hiermit nicht mithalten. Ein interessantes Design, was die Aliens angeht. Und das ist dann der zweite große Unterschied zu den meisten Filmen aus dieser Zeit, weil die Aliens, die hier gezeichnet werden, nicht unbedingt als Bedrohung gezeichnet werden. Sie sind letztlich eine Form der Bedrohung, aber es ist nicht ihr primäres Ziel, die Menschen in Anführungsstrichen auszurotten. Okay, das ist bei den Filmen, die ich gesehen habe, komplett anders. Okay, ja, also zumindest von dem, was ich so gelesen habe, ist er einer der wenigen Vertreter, in denen die Außerirdischen, die Aliens, den Menschen an sich erstmal friedlich gesonnen sind. Und das ist dann halt auch nur so, ja nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber schon was Besonderes für dieses Genre. Aber lustig ist natürlich, wenn dann die ein oder andere Figur, wobei, nee, das ist dann ein Alien, das dann quasi die Menschen davor warnt, dass man sie nicht in der ursprünglichen Gestalt sehen möchte, weil das zu erschreckend sei. Wenn man dann halt kurz danach dieses Wesen sieht und das dann halt natürlich nach heutigen Maßstäben dann alles andere als erschreckend wirkt. Aber wer weiß, für die damalige Zeit wahrscheinlich dann schon, weil man das ja sonst aus der, aus popkulturellen Medien, was auch immer, nicht kannte. Durchaus möglich, dass man das dann schon als erschreckend wahrgenommen hat. Heute ist es halt eher so, so ein bisschen belustigend, auch wenn das Design ganz, ganz nett ist und auch hier an spätere Filme wie The Brain oder sowas erinnern lässt. Von daher hat der nicht nur unterhaltungsmäßig viel zu bieten, sondern hat halt auch vielen Filmen so ein bisschen als Vorbild gegolten, beziehungsweise konnte viele Filmemacher halt inspirieren, einzelne Facetten hier, sag ich mal, mitzunehmen und einen eigenen Film dann, sag ich mal, zu verarbeiten. Ja, aus dem Jahr 1953 ist der. Genau. Ich habe mir die Bestie aus dem Weltenraum angeschaut, aus dem Jahr 1957 und It, The Terror from Beyond Space aus dem Jahr 1958. Und da fand ich interessant, also hier, das ist was anderes, also hier treffen auch Menschen auf außerirdische Wesen, aber die außerirdischen Wesen sind definitiv hier feindlich gesinnt, beziehungsweise haben Hunger und Blutdurst. Ja, und die Menschen müssen sich halt gegen die erwehren. Das Interessante ist, die Bestie aus dem Weltenraum ist von Regisseur Nathan Juran, der stammt aus Österreich und hat österreichische Wurzeln. Der hat so Filme gemacht, wie auch Angriff der 20-Meter-Frau zum Beispiel oder Sindbards siebente Reise und sowas. Und hier ist vor allem hervorzuheben, ich habe das Mediabook von Anolis, es gibt eine schwarz-weiß- und eine bunte Fassung, ich habe mir die bunte mal angeschaut, Effekte von Ray Harryhausen. Oh, sagt mir auch was. Das war der Stop-Motion-Gott. Das heißt, wir bekommen hier ein Wesen, das mit einem abstürzenden Raumschiff im Meer irgendwo nahe Sizilien landet. Und das hat den Grund, dass, ich glaube, der Regisseur, ich meine, das sind irgendwelche Extras gehört, gelesen zu haben, auf dem Mediabook, ich weiß, irgendeiner der Produktion auf jeden Fall, hat gesagt, ach, ich habe irgendwie keinen Bock, das in den USA zu drehen. Ich würde gerne mal nach Europa. Also, hat er das nach Europa geschrieben. Oh, Rom, ist ja schön. Also, nach Italien, also, Dings stürzt ab. Das Alien-Raumschiff und die retten da, also, beziehungsweise, ein Raumschiff stürzt ab, so rum. Und die retten da einen Mann, einer Crew und viele sind da noch, ja, die gehen mit dem Schiff dann unter und da, die haben etwas gefunden im Weltraum. Also, man könnte quasi sagen, das ist so ein bisschen der Nachfolger des Films, der erst später kommt, so von der Chronologie. Und das findet so ein kleiner Junge, der ein bisschen Geld machen möchte, gibt das halt an so einen Typen, der ihm immer gerne Sachen abkauft. Und das ist so ein Schleimzeug, was irgendwie so ein Ei ist und da kommt so ein Mini-Viech raus. Und da sehen wir dann zum ersten Mal die Stop-Motion-Effekte von Ray Harryhausen, die hier natürlich wieder absolut top sind. Und dieses Viech wächst aber sehr schnell, unglaublich schnell, bis es irgendwann dann sehr groß ist und, ja, sich nach Rom durchkämpft und da auf dem Kolosseum rumkraxelt. Ja, so a la King Kong. Und Menschen frisst, ja, ja, so ein bisschen die Richtung halt. Und ja, die Menschen, das Militär kämpfen dann gegen dieses Viech. Ein unterhaltsamer Film auf jeden Fall, mit tollen Effekten, hat wirklich Spaß gemacht, sieht cool aus und also für die Zeit, ne, 1957 schon in allen Belangen recht fortschrittlich. Interessant, wenn man dann dagegen hält, It, The Terror from Beyond Space, der aus dem Jahr 58 ist, also ein Jahr später nur. Auch von der Nullis, in der Emery habe ich den, in Schwarz-Weiß haben wir den geguckt, also gibt es glaube ich auch nur in Schwarz-Weiß und da ist, das ist so ein bisschen, der greift Alien vor. Das ist eine Mannschaft in einem Raumschiff, wie es sich gehört natürlich für die 50er Jahre, die Frauen eigentlich nur fürs Kochen und fürs Verarzten da, ansonsten haben die keine großartige Funktion. Was heißt denn, wie in den 50ern? Ja, so wie es sich gehört halt, ne? Ja, genau. Schönen Gruß an die 16 Damen, die uns haben, oder wie viele? Bei 16, hast du das ausgerechnet? Ne, was hast du nicht gesagt, wie viel haben wir? Ne, es waren 11 Prozent. Ja, genau. Und das sind ja deutlich mehr als 16 bei, weiß ich, 800 Hörer, Hörerinnen. Aber da haben die aber einen derben Humor, wenn die das aushalten, was wir hier immer so vor uns gehen. Ja, die wissen, dass wir das ja nicht meinen. Die wissen ja, dass wir selbst in der Küche stehen und kochen. Ich sage ja derber Humor. Ich sage ja nicht, dass wir derbe so drauf sind, sondern dass wir das sehr lustig meinen. Ja. Das ist vor allem sehr lustig, weil ich meistens zähnig bin, der Koch, die. Das ist wirklich so. Ja. Oder der häufig kocht, sagen wir so. Darum geht es aber gar nicht. Es geht ja um die Mannschaft, also Schrägstrich Frauschaft, die da unterwegs ist, im Weltenraum. Und die retten auch so einen Typen von einem anderen Raumschiff, keine Ahnung. Und auf jeden Fall haben die dann auch so ein Viech mitgenommen. Es ist so ein bisschen wie bei Alien halt. Da kommt ein Viech mit da rein und dann müssen sie in diesem Raumschiff dann gegen das Viech kämpfen. Das ist halt schon krass zu sehen. Der Film ist halt ein Jahr später entstanden oder kam ein Jahr später raus. Und ist halt dem Ray Harryhausen schrägstrich Nathan-Juran-Film wirklich in allen Belangen unterlegen. Oh. Was die Effekte angeht, was das Kostüm angeht in dem Fall. Also in dem Fall ist es wirklich einfach nur ein Typ mit einem Kostüm, was sehr, sehr billig und scheiße aussieht. Die Schauspieler, die spielen alle, als hätten sie irgendwie einen Stock im Arsch. Nicht nur, wenn sie was sagen, auch wenn sie halt blöd daneben stehen. Also hier kann irgendwie, hier kommt überhaupt kein Herz rüber, keine Sympathie, kaum Figuren. Das ist halt schade, der hat gar keinen Charme, der Film. Und die Beste aus dem Weltenraum, der hat viel, viel mehr Charme. Weil wir haben so diese ganzen italienischen Figuren und so, der Junge mit dem älteren Typ und hin und her und dann die Tochter oder Nichte von dem, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind die Figuren da zum größten Teil herzlicher, menschlicher einfach. Und ja, der The Terror from Beyond Space, IT, mit Ausrufezeichen, den fand ich ja ein bisschen enttäuschend. Vor allem im direkten Vergleich zu dem anderen Film. Und du hast ja auch von Gefahr aus dem Weltall erzählt. Jack Arnold, nochmal eine ganz andere Kiste. Also da ging auch damals schon mehr. Aber auch damals natürlich Filme mit geringerem Budget. Und ich glaube, der IT ist sogar noch ein bisschen billiger. Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Also das ist sehr schade. Der hat nicht so viel Spaß gemacht. Zum Glück gehen die Filme auch nicht so lang. Die gehen ja alle unter 90 Minuten und dann ist das auch schnell gegessen. Ist ganz nett. Ist auch schön, mal sowas zu sehen aus der Zeit. Aber dann lieber nochmal die Bestie aus dem Weltenraum. Und dann hat man viel mehr Spaß damit. Weil das eben die Schauwerte hat, die man sehen möchte. Und die bessere Variante von It, The Terror from Beyond Space gab es dann später von Ridley Scott, geschrieben von Dan O'Bannon, heißt er glaube ich, in Alien. Und da wird es ja demnächst auch noch eine weitere Fortsetzung geben. Gott sei Dank gibt es noch nicht genug Fortsetzungen von Alien. Ja, aber zumindest haben sie nicht den Fehler gemacht und Prometheus weiter fortgeführt. Aber federführend ist er jetzt Feder Alvarez. Und das macht mir zumindest ein klein bisschen Hoffnung, auch wenn ich den Trailer jetzt nicht so ermutigend finde. So sehr actionreich. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, das braucht die heutige Kino-Gefolgschaft. Also das will, glaube ich, das Gros der Leute auch eher sehen. Die Facehugger krabbeln jetzt auf dem Boden in atemberaubender Geschwindigkeit und springen von da ins Gesicht und pflanzen sich dann da fort. Du hast ihn also mittlerweile gesehen? Ja. Ja, und? Ja, man sieht ja nicht so viel. Ja, keine Ahnung. Ich möchte ja jetzt noch keinen Urteil fällen. Teaser war okay, aber sagt mir jetzt nichts über den Film. Man kann aber auch schon so ein bisschen ahnen, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, ich habe das Design von den Aliens gesehen. Ja gut, das dachte ich ja bei Monkey Man auch, dass ich wüsste, in welche Richtung das geht. Und dann kam es ganz anders. Ja, frag mich erst mal. Aber ich mache nicht den Fehler, dass ich große Erwartungen setze. Aber kann ich auch gar nicht, weil da ist ja jetzt in den letzten zwei Dekanen nicht viel Gutes bei rumgekommen. Oder auch drei Dekanen. Von daher, mal schauen, was wird. Ja, dann, wer hat sich denn den Horrorfilm Blood in, Blood out gewünscht? Ein Mensch, der dich hassen muss. Hast du ja 1993, ja, wieso? Ja, weil du den doch nicht gucken wolltest. Also es hat dir doch einen, ja, so mäßigen Sonntag beschert. Ja, das ist richtig. Kannst du jetzt schon herausahnen, wer sein könnte? Der Guess. Nee, der hasst dich. Also noch ein bisschen mehr. Nee, ich weiß nicht, wer war es denn? Der Jörgi. Ach, der Jörgi wollte das. Ja, also Blood in, Blood out ist so eine Sache. Für mich war es quasi eine zweite Chance, wenn man so möchte. Ah ja, für mich auch. Hast du den halt das letzte Mal vor 20 Jahren oder so gesehen? Ja, ich auch. Also ich müsste so 18, 19, vielleicht 20 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn später gesehen. 20 plus Jahre ist das her und ich fand den schon damals nicht so sonderlich gut. Der gilt so als Kultfilm. Der wird immer so in einer Reihe genannt mit Boys in the Hood, Menace to Society und so weiter. Ich mag auch von Ferrara hier den King of New York und so. Sowas finde ich alles cool. Und den Blood in, Blood out, keine Ahnung, ich habe den damals gesehen und irgendwie irgendwas hat mich an dem gestört. Konnte es aber damals noch nicht so dingfest machen. Und jetzt hat er von mir oder von uns jetzt quasi eine zweite Chance bekommen. Genau. Also Blood in, Blood out, Gedankenstrich, verschworen auf Leben und Tod. Denn im Original hieß er nämlich auch Bound in Honor. Er hieß zuerst Blood in, Blood out. Ja, stimmt. Und dann gab es 92, die Riots in L.A. Disney hat den damals produziert und Disney hat sich gedacht, kommt jetzt nicht so gut. So was mit Blut im Titel. Also lassen wir das mal lieber. Dann machen wir Bound in Honor. Ich glaube mittlerweile ist er aber auch wieder Blood in, Blood out. Ja, so findest du am ehesten. Ja, wir folgen den Vatos Locos. Ja, die folgten Katzen. Die Vatos Locos ist so eine Gang, eine Latino Gang. Und der Miklo möchte dazugehören. Der wird gespielt von Damien Chapa. Das ist ein Weißbrot. Bitte. Er ist genau wie die Figur, die er verkörpert. Halb US-Amerikaner und halb Latino. Der Schauspieler selber ist wirklich halb Latino? Ja, genau. Ach krass. Der hat viel Autobiografisches da mit reingebracht. Dann ist das ja ziemlich authentisch. Ja, es kommt leider nur nicht immer so authentisch rüber. Aber da kommen wir später zu. Ja. Und der hängt mit Paco, mit Cruz und so weiter, hängt er halt ab. Das sind seine Homies. Er ist se. Und was Gangs halt so machen. Andere Gangs abziehen, Territorium verteidigen. So diese ganzen Scheiß halt. Überflüssigen Blödsinn. Der die halt auch natürlich in, wie sagt man auf Deutsch, in Trouble bringt. Also der natürlich für Ärger sorgt. Was darin endet, dass der Miklo irgendwann ins Gefängnis kommt. Und dann ist er ein paar Jahre weg. Und dann kommt er irgendwann wieder raus. Und im Gefängnis ist er noch mehr in das Gangleben reingekommen. Sagt man ja auch so häufig, im Gefängnis wird man erst richtig kriminell. Ja. Und er ist halt so ein bisschen wie die Konvertierten. Also die sind ja Leute, die in der Religion konvertieren. Die sind ja noch viel, viel krasser und viel, viel orthodoxer als diejenigen, die damit geboren sind. Auf jeden Fall. Und so kommt er aus dem Gefängnis und ist noch mehr Gangmember. Und die Laondas gegen die Dings. Alle so Gangs, die so ein bisschen ähnliche Namen haben wie echte Gangs. Und dann gegen die Aryan Brotherhood und gegen die schwarzen Gangs und so weiter und so fort. Einer seiner Kumpels ist aber inzwischen Polizist. Und das sorgt natürlich ein bisschen für Probleme. Da wird dann so die Loyalität und die Ehre aufs Spiel gesetzt oder auf eine Probe gestellt zumindest. Und darum geht es hier auch. Es ist viel Ehre, Ehre, Loyalität, Straßenkodex. Was ist das Richtige? Genau, Identität, wo gehöre ich hin und weiß ich nicht. Und was lohnt sich im Leben, bla 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 bla. Das ist das ganze Ding. Im Detail muss ich das jetzt nicht erzählen. Der Film geht nämlich drei Stunden und zehn Minuten. Im Director's Cut zumindest. Okay, da habe ich den Director's Cut gesehen. Genau, die Kinofassung geht drei Stunden. Also ich wusste immer, dass der um die drei Stunden ist, aber okay, ich habe, glaube ich, gestern die drei Stunden und zehn Minuten gesehen. Ja, genau. Das ist die richtige Fassung. Yo. Okay, Peter, deine zweite Sichtung. Wie verlief die denn so? Lang. Also fängt tatsächlich damit an, dass ich den verdammt lang finde. Aber ich konnte mich auch im Großen und Ganzen gar nicht mehr so richtig erinnern, was hier passiert. Also das, was mir noch am ehesten im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich Damien Schapper und wie er hier den Miklo Velka spielt. Weil ich sagen muss, dass ich das schon überzeugend fand, beziehungsweise diesen Fanatismus. Das, was du eben angesprochen hattest, dass die Konvertierten die schlimmsten Verfechter dann sind. Weil das, was der dann quasi ab dem Gefängnis an den Tag legt, geht halt schon so ein bisschen, übertrieben gesprochen, in die Kinski-Richtung. Also der wird schon irre und der wird halt vor allem auch überheblich und an seiner Figur zeigt man halt eigentlich auch ganz cool auf, wie es funktioniert. Vor allem, wenn es dann halt darum geht, wie sich die Machtverhältnisse äußern, beziehungsweise wie die Machtverhältnisse sich mit der Zeit auch verändern, beziehungsweise was du tun musst, um Loyalität von anderen zu erlangen. Aber findest du das gut geschauspielert? Ich finde es, weiß ich nicht. Du sagst es glaubwürdig, ne? Ich hab da, genau das ist mein Problem mit dem Film. Der, der, nur die Figur? Ne, alle. Alle Figuren? Also fast alle. Okay. Die sind alle drüber. Okay. Und zwar nicht auf so einem coolen Roadhouse drüber, sondern ich hab, das ist mir jetzt wirklich aufgefallen, was mich an dem Film stört und das stört mich halt heute noch mehr als damals, also jetzt kann ich es benennen, das wirkt wie so eine Telenovela. Okay. Der Akzent ist auch so dick aufgetragen, ich mein, okay, ich hab da im Nachhinein gelesen, gut, der Chapa ist halt selbst, ne, so, und die haben sich auch irgendwie mit Gängen, mit Gliedern irgendwie getroffen. Und haben mit denen so abgehangen, um irgendwie in die Rollen zu finden. Aber ich kauf das nicht. Ich kauf's einfach nicht ab. Ich find das wirklich so übertrieben, zu dick aufgetragen und selbst die anderen, also Raymond Cruz zum Beispiel, ne, das ist ja auch einer, der immer den Gangster spielt in diesen Filmen. Oder auch in Danny Trejo und so, ne, die sind da noch was jünger. Billy Bob Thornton und so, ja. Ja. Die sind alle später besser. In diesem Film, das muss anscheinend an der Regie von Taylor Hackford liegen, spielen die einfach nicht gut, ne, wir haben noch einen Delroy Lindo dabei und so, ne, wir haben noch einen Wing Rhames in so kleinen Nebenrollen, aber selbst so Leute wie Billy Bob Thornton, der spielt auch so albern irgendwie. Ja, der spielt wirklich scheiße, da geb ich dir recht. Ja, wie der da komisch grinst und so versucht, diabolisch zu grinsen und so. Und alle anderen so mit diesem ganz dicken Latino-Accessi und so. Und ich mein, gleich sprechen ab und zu so ein bisschen Spanisch, das versteht man auch gut und so weiter. Aber ich finde gerade das Schauspiel total unglaubwürdig. Also ich komme wirklich vor mir so ein Theaterstück und eine Telenovela und so und das passt überhaupt nicht mit diesem authentischen Straßending, was die halt verkaufen wollen. Das hat mich extrem gestört. Aber du kannst dir vorstellen, warum ich mich damit so schwer tue, das zu beurteilen? Hab ich den in Deutsch geguckt, hast? Ich hab den auf Deutsch geschaut. Auf Deutsch, okay. Sprechen die dann nicht mit Akzent? Hin und wieder mit Sicherheit, aber also nicht komplett. Also es geht dann mehr so um Floskeln, ne? Okay, aber dann zum Beispiel Damien Chopper, gerade er, weil er besonders er, ne? Also er bringt auch eine ziemliche Gesichtskirmes. Auf jeden Fall. Und das sieht albern aus. Der ist drüber, das stimmt schon. Aber ich finde, das zeigt halt auch schon so ein bisschen den Irrsinn, den seine Figur halt auch verkörpert, weil er da sich reinsteigert. Ja, aber es ist halt eher wie so ein kleiner Junge. Ich weiß nicht, der Film will das ja auch erzählen und so, ne? Aber irgendwie, ich find's nicht glaubhaft. Okay, aber mal abgesehen von den Schauspielerchen Darby Turin. Und alle schreien die ganze Zeit. Das ist mal aufgefallen, auch in der Polizeistation, wenn der Paco, der ja dann Polizist ist und dann mit dem Biff, ne? Der Schauspieler, der den Biff aus Zurück in Zukunft spielt. Der ist auch dabei. Die schreien sich nur an. Die Leute schreien nur rum. Alle sind am Schreien. Der ganze Film wird fast nur geschrien. Das ist wirklich total anstrengend. Oh ja, das kenn ich von zu Hause. Also passt schon. Okay. Ne, jetzt aber mal außerhalb der Rollendarbietungen, der Schauspielerischen. Ja. Hat dich da sonst irgendwas gekriegt? Ich find den ja jetzt nicht scheiße oder so. Ich hab nie gesagt, das ist jetzt der schlechteste Film aller Zeiten. Ja gut, Extreme sind ja eh immer hinfällig. Ja, ja klar. Also der zieht sich ganz schön. Ich find zum Beispiel, wo er sich komplett verhebt, ist diese Der Pate-Hommage. Es gibt ja dann gegen Ende so eine Montage aus verschiedenen Szenen. Da werden so die Gegner der anderen Gangs weggeräumt. Ja. Ich sag jetzt nicht, von welcher Gang welche weg, um nicht zu spoilern. Und das ist halt so auf der Pate gemacht. Und dann denk ich mir so, nee, lieber Film. Also, nee. Zu hoch. Zu hoch gegriffen. Das ist zu krass jetzt. Mach das mal besser nicht. Da stellt er sich auf eine Bühne mit einem Film, der dem komplett überlegen ist. Ich stehe auf Gefängnisfilme. Und was dem Film zugutekommt, ist, dass, ich glaub, mindestens eine Stunde im Gefängnis spielt. Ja. Und das find ich auch eigentlich alles okay. Ist ja auch immer mal wieder im Gefängnis, ne? Ja, das halt auch, ne? Also so die Gefängnisszenen insgesamt find ich gut. Da kommt auch wirklich so eine klaustrophobische Stimmung auf, weil die Zellen sehr eng sind. Das ist auch sehr unangenehm, was er da auch machen muss, um diverse Gruppen von sich zu überzeugen, um überhaupt so sein Ansehen da zu kriegen. Weil gerade da hat er natürlich, er hat sich ja gerade auf der Straße als Vartoloko bewiesen. Kommt dann ins Gefängnis und dann ist er wieder zwischen den Latinos und den Weißen. Dann ist halt die Frage, er will zu den Latinos gehören, ne? Aber die Weißen, die Nazis sind halt eher, also was sind Nazis, aber die mit den Hakenkreuz-Tattoos und den Arten. Naja, die werden schon sehr rechts gezeichnet. Ja, also ich glaub, bei denen ist das aber, also im Gefängnis ist immer so, jeder, die Weißen, in den USA, so wie ich das mitbekommen hab, die Latinos zu den Latinos, also die Browns zu den Browns, die Blacks zu den Blacks und die Whiteys untereinander. Und die Whites tätowieren sich nicht aus Überzeugung, Hakenkreuz, sondern einfach als Zugehörigkeit, ich gehöre zu dieser Gang. Okay. Deswegen, also ich würde das nicht als ideologische Überzeugung immer sehen. Okay. Deswegen, aber auf jeden Fall, die Nazis da, ja, die sind sehr gewillt, ihn aufzunehmen. Ja, klar. Ja gut, aber die Latinos ja halt nicht, weil er halt eher so weiß weiß. Weiß weiß. Ja, die Latinos sind ja Rassisten. Genau, und die Nazis nehmen halt jeden. Ist halt egal. Ja, in erster Linie nehmen sie ihn, weil er weiß ist. Ja, weil er halt aussieht wie eine Kartoffel. Also sind auch die Armys Kartoffeln, weil sie weiß sind? Alle weißen sind Kartoffeln, ne? Ja, ich sag das jetzt so. Ah, okay. Ja, im Weißbrot ist er ja auf jeden Fall. Ja, also die Gefängnis-Szenen dann so, die sind schon okay, aber es ist halt so viel Klischee-Zeug drin. Du kannst halt irgendwie alle Beats irgendwie voraussehen. Also Film ist halt sehr überraschungsarm, finde ich. Und die Aussage ist natürlich auch gut, aber die ist jetzt auch nichts Besonderes. Und dafür brauchst du auch keine drei Stunden. Das stimmt. Aber ich finde es interessant, wie es beleuchtet wird und vor allem, dass es beleuchtet wird und vor allem diese Gegenüberstellung nicht nur von ihm und seinem in Anführungsstrichen Bruder, der Polizist geworden ist, sondern auch vor allem, und das nimmt jetzt keinen großen Raum mehr ein. Das ist wahrscheinlich auch nichts, was wirklich so bewusst entschieden wurde. Wer weiß, ich keine Ahnung. Aber wie sie die Zusammenarbeit außerhalb des Gefängnisses schildern zwischen dem Weißen, dem Schwarzen und dem Braunen, also dem Weißen, dem Schwarzen und den Latinos. Weil in der legalen Welt, sag ich jetzt mal, also in der Nicht-Verbrecher-Welt, da arbeiten die drei halt zusammen. Und in der Verbrecher-Welt, im Gefängnis, da hast du halt diese Segregation, dieses Abtrennen, dieses Trennen nach Hautfarben und das auch gegeneinander wettern, das gegeneinander kämpfen. Und das ist ja wirklich dann auch im Finale sehr eindeutig mit dem, wer hier wen hintergeht und was es da für Dynamiken gibt und so, halt wirklich schön gezeigt, dass der Rassismus im Gefängnis an sich jetzt, und das kann man ja dann auch weiterspinnen, dass der im Kontrast steht zu dem, was in der, auch wenn das jetzt utopisch ist und von mir aus auch so ein bisschen durch eine rosa Brille gezeigt ist, aber in der, in Anführungsstrichen normalen Welt, in der resozialisierten Welt, wo es halt auch für unsere, unseren Protagonisten ja eigentlich hingehen soll. Das ist ja das Ziel, auch wenn das jetzt ja nicht erreicht wird, aber durch den Bruder in Anführungsstrichen ja zumindest angedeutet ist, dass das möglich ist. Es funktioniert ja in der, in der, in der nicht kriminellen Welt, dieses Aufbrechen von diesem Kastendenken, sag ich jetzt mal. Ja, aber auch nur, wenn Profit zur Debatte steht, ne? Wenn Profit? Ne, wie gesagt, ich mach das jetzt nur an der Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Polizisten, sag ich jetzt mal aus. Und da, da hat ja Geld jetzt erstmal keine Mitsprache. Achso, ich dachte jetzt bei den Gangs auch. Okay, gut. Ne, weil es gibt ja da auch immer Überläufer, beziehungsweise Leute, die auf den eigenen Vorteil aus sind. Klar. Ja, ich mein, Geld kennt keine Aufhaben, ne? Das war auch so einer der, einer der, ich, das sagt ja auch einer. Man ist es hin und wieder, finde ich, sind ein paar nette Dinge hier festgehalten. Aber gut, der ist letztlich zu lang und ein bisschen zerfahren, was dann die, die Geschichten angeht, weil er halt so viel erzählen möchte und es ist halt wirklich gigantisch hier aufgeblasen. Epische Breite, unfassbar viele Figuren, die hier unter einen Hut gepackt werden. Und da habe ich dann auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das irgendwie zu verbinden, übertrieben gesprochen. Aber gut, ich habe mir halt es nicht angetan, mir das im Original anzuschauen, weil dann hätte ich, glaube ich, Untertitel gebraucht und das hätte dann irgendwie meinen Seegenuss so ein bisschen daran gehindert. What's wrong with the USA? My English. My English. Not the yellow from the egg. Ja, ich kann es mir nicht ganz zusammenreimen, warum der so als Kultfilm abgefeiert wird, wie die eben von mir genannten. Da kann ich es eher verstehen. Auch wenn, ich glaube, aus heutiger Sicht so ein Boys in the Hood und so, er hat auch seine Schwächen, glaube ich. Und all diese Filme, die sind natürlich auch mal ein bisschen pathetisch und ein bisschen dick aufgetragen. Aber bei dem, ich glaube, der will zu viel und der kommt da zu sehr mit dieser Moralkeule um die Ecke, formuliert das auch zu sehr aus und kommt da mit irgendwelchen Kalendersprüchen an. Das ist dann irgendwie nicht mein Ding. Dafür zieht er sich dann zu sehr. Da habe ich lieber andere Gangsterfilme. Der hier, weiß nicht, konnte mich jetzt auch bei der Zweitsichtung nicht überzeugen, auch wenn ich da Teile von in Ordnung finde. Aber insgesamt, wie gesagt, fühle ich da eher Telenovela-Vibes und komme da einfach nicht rein in diesen Filmen. Wäre auf jeden Fall ein gefummis Fressen für unsere Volker-Gesellschaft. Der Film? Ja. Viele Filme aus den 90ern. Auf jeden Fall. Ja, stimmt. Gerade diese Gangsterfilme. Eieieiei. Ja, das heißt mal eine Enttäuschung dabei unter den Pics. Ja, aber nicht überraschend für mich. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da schon ein bisschen durchgequält und ich hatte auch wirklich nicht viel Bock, den zu gucken. Das hast du ja gesagt. Wir haben es alle gesehen und gehört. In meiner Insta-Story, ja. Genau. Ein scheiß Sonntag. Nee, das nicht, aber nee, möchte mich jetzt auch nicht weiter wiederholen. Ja, aber ist ja dann auch so quasi ein Abhaken eines Kapitels, weil so nach der zweiten Chance, die dann vertan wurde, wird er ja wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell im Player landen. Das ist nämlich die Sache. Ich muss den jetzt nicht wieder gucken. Das ist das Schöne, ne? Nie wieder. Ja, das ist das Schöne. Ich muss den nicht nochmal gucken. Ja, du wirst den vor allem wahrscheinlich nicht nochmal gucken. Nee, genau. Sag ich ja. Und ich muss es vor allem auch nicht mehr. Und sowas machen wir natürlich dann auch für die Patrons, ne? Machen wir ja. Und ist ja euch wichtig, was wir darüber denken. Es hätte ja auch sein können, dass ihr mich jetzt komplett, ne, überzeugt und dass ihr mich auf dem anderen Fuß erwischt. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe von wegen so, ja komm, wird eh scheiße. Also, ich habe es befürchtet, aber bin da offen rangegangen, habe gesagt, ey, vielleicht gefällt er mir sogar besser. Das kann ja mal sein mit so einem zeitlichen Abstand. Und manchmal bist du der Hund und manchmal bist du der Baum. So ist das. Ja, und das tun wir halt gerne für unsere Patrons und ich besonders auch gerne für einen lieben Arbeitskollegen, von dem ich gar nicht weiß, was der von dem Film hält. Ja, das würde mich mal interessieren. Jörgi, soll das beim nächsten Mal sagen oder soll ich mal melden? Das würde er auf jeden Fall tun. Und wenn es ein ewig lang verfasste Nachricht bei Patreon ist, er wird es auf jeden Fall kundtun. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich sehe den ja so selten. Das heißt, der schade ist. Obwohl, der wohnt näher als du. Das stimmt. Aber gut, Köln ist eine große, kleine Stadt. Ja, ja, aber der hängt ja genauso wie du häufig im Kino auf der Arbeit ab. Ja, das macht die arbeitende Bevölkerung nur mal. So ist das. Ja, wir arbeiten auch für euch immer und präsentieren euch am kommenden Sonntag natürlich das einzig große, wahre Bud Spencer und Terrence Hill Special. Bin sehr gespannt, wie das auf unserem Kanal so ankommt. Es ist ja etwas untypisch für uns, aber nicht untypisch für unsere Generation. Und freue mich schon auf die ganzen nächsten Videos und die kommenden Podcasts. Wir haben bestimmt auch mal wieder ein paar Gäste dabei. In dem Sinne, vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Fünfressenfamilie. Vielen Dank an die Patrons. Bis zum Nächsten. Ja, diesen Worten kann ich nicht viel hinzufügen, außer ein großes Dankeschön in alle Richtungen. Und vor allem ein frohes Fest. Es gibt ja noch den einen oder die andere, der oder die gerne Ostern feiert. Wir haben Karfreitag heute nicht nur dicke Eier, sondern auch in der Regel vielleicht sogar frei. Das heißt, wir wünschen schöne, freie Ostertage. Und ihr habt dann auf jeden Fall auch den Montag ja noch den ganzen Tag Zeit, euch das wundervolle Bud Spencer, Terrence Hill, Osterspechel der Filmfressen anzuschauen. Und ich glaube, viel schöner kann man dieses heilige Fest nicht verbringen. Und in diesem Sinne hoffe ich, einen schönen Podcast gehört zu haben. Und verabscheue uns bis zur nächsten Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.